Wenn du als Handwerker gut bist, dann lebst du von Empfehlungen und kleine Handwerksbetriebe brauchen doch eigentlich gar kein Marketing. Ja, das ist wieder so ein Glaubenssatz, so ein Irrglaube in unseren Augen für die Handwerksbranche und genau darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Video, heute mal anderes Setup. Ich bin Alex, Marvin auch am Start. Jo, hi. Und wir haben ja jetzt so eine kleine Serie zum Thema Irrtümer oder Glaubenssätze, falsche Glaubenssätze im Bereich Handwerk. Und heute wollen wir über den üblichen Glaubenssatz sprechen, den sehr viele Handwerker ja doch äußern. Ja, als Handwerker bist du ausgelastet, wenn du gut bist. Und es geht uns hier jetzt vor allem darum, was ist eigentlich das Ziel von einem Handwerksbetrieb? Ist es Auslastung? Eigentlich nicht, ist es eigentlich Gewinn. Das heißt, einfach nur damit zu argumentieren, ey, Auslastung ist voll, mir geht es doch super, ist schwierig, weil volle Auslastung nicht immer auch bedeutet volles Konto. Und viele Handwerksbetriebe seit Jahren voll ausgelastet sind und trotzdem kaum Geld auf ein Konto haben und kaum was beiseite gelegt haben. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass sie oftmals, ich will nicht sagen, mit den falschen Sachen ausgelastet sind, aber zumindest zu wenig von den richtigen Dingen haben. Ja, wir können uns ja mal anschauen, was passiert halt, wenn du volle Auslastung hast. Das hat ja meistens den Hintergrund, dass du halt sehr, sehr viele Aufträge annimmst. Genau. Idealerweise auch versuchst es allen Kunden recht zu machen, die sich melden. Ja, du bist sehr vielseitig halt aufgestellt, du kannst halt individuelle Lösungen bieten. Genau. Und also, was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, naja, ist doch aber gut, wenn ich alles annehme, ist doch gut. Ja, also die Problematik ist, es hängt von deiner Größe natürlich ab, wenn du kompletter Einzelkämpfer bist, mag das okay sein, dann hast du viel Abwechslung, macht das halt Spaß, es ist komplett in Ordnung. Sobald du aber Mitarbeiter hast, wirst du merken, dass mit der Vielfalt der Aufträge, der verschiedenen Auftragsarten, deine Mitarbeiter an bestimmten Punkt nicht mehr gut klarkommen, Fehler passieren, Kommunikationsprobleme entstehen, Frust entsteht. Was dafür sorgt, dass du am Ende weniger Geld verdienst. Und wie gesagt, wir unterstellen jetzt einfach in diesem ganzen Video, dass das Ziel, zumindest auch vom Staat definiert, eines Unternehmens irgendwo eine Gewinnabsicht ist. Und dass das Ziel von einem Handwerksbetrieb sein sollte, im Verhältnis viel Gewinn zu machen tatsächlich, natürlich auch guten Job zu machen, keine Frage, das eine entsteht durch das andere. Aber vor allem auch als Grundziel nicht die Auslastung, sondern am Ende den Gewinn durch die Auslastung zu haben. Ja. Und Handwerksbetriebe, nochmal um den Punkt zurückzukommen, die sehr stark ausgelastet sind und die einfach alles annehmen, haben im Regelfall wenig Gewinn, weil die Aufträge so komplex sind, dass außerdem Inhaber keiner alle vernünftig abbilden kann. Und der dann immer wieder involviert ist, immer wieder kommunizieren muss, immer wieder Fehler auch passieren und ausbügeln muss. Und die kosten einfach Geld, die gehen an die Substanz. Ja. Was würdest du sagen, was ist denn der ideale Zustand, also wie sollte man es normalerweise machen? Also es ist so, sehr viele, also die erfolgreichsten unserer Betriebe, die auch den meisten Gewinn machen, geben alle Geld für Marketing aus. Mal ein einfaches Beispiel. Sagen wir, du bist ein Betrieb, der macht klassische Malerarbeiten, teilweise mal Fliesenlegen etc. Du machst alles. Und jetzt gibt es aber einen Bereich, fugenlose Bäder. Fugenlose Bäder, weißt du genau, ey, das ist ein spezieller Bereich, den kann ich hier da abbilden. Ich habe kaum Nachfragen danach als Handwerker durch meine Empfehlungen, weil da gibt es einfach wenig Leute. Aber ich weiß, bei einem fugenlosen Bad verdiene ich einfach in der gleichen Zeit das 3-, 4-, 5-fache, wie bei einer normalen Fliesenarbeit zum Beispiel. So, jetzt wäre doch mein Ziel zu sagen, ey, ich verdiene das fünffach, ich verdiene vielleicht an einer normalen Arbeitsstunde 10%, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Da verdiene ich 30, 40% dran. So, von diesen 30, 40% kann ich ja problemlos auch 3, 4, vielleicht sogar 5, sogar 10% nehmen und die in Werbung stecken, um nur noch solche Aufträge zu gewinnen, dann habe ich immer noch das Doppelte verdient. Und das sind, was die Handwerker machen, die wirklich Geld verdienen, denen es auch wirklich gut geht und die Kunden sind genauso zufrieden, wie bei den Handwerkern, die alles annehmen. Das ist halt die Philosophie, die wir sehr häufig mit unseren Partnerbetrieben verfolgen, dass wir eben sagen, hey, die Betriebe kommen zu uns und decken vielleicht auch mehrere Dienstleistungen ab, aber wir sagen dann halt, oder wir sagen dann, entwickeln mit denen zusammen eben auch die Strategie, hey, wie kannst du denn aus deinem Betrieb das Maximum rausholen, indem man eben sich auf eine Sparte sozusagen fokussiert, wo man auch die idealerweise meiste Marge hat und dann gezielt solche Aufträge anzieht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie soll ich denn dann, wie soll ich denn an solche Aufträge kommen? Ich meine, die Leute kommen ja jetzt, ich habe ja so wenig Aufträge, weil sie eben so wenig melden zu den Bereichen. Tja, also stellt sich davor noch eine andere Frage bei den meisten Handwerkern, die sagen, ja gut, da müsste ich aber ja Aufträge von meinen Bestandskunden jetzt absagen, damit ich überhaupt den Platz für zum Beispiel die vogelnosen Wäder habe. Und hier ist es so, wenn du mal ganz ehrlich, wirklich ganz ehrlich deinen Auftrag durchkalkulierst, den du Reparaturauftrag, kleinen Auftrag, den du halt machst, wirst du feststellen, eigentlich, wenn ich alles absolut sauber, problemlos, perfekt durchläufe, kannst du damit nicht viel Geld verdienen. Bedeutet, eigentlich müsste dieser Auftrag teurer sein, eigentlich müsstest du von Anfang an 10, 20, 30 Prozent mehr berechnen, als du gerade berechnest, vielleicht sogar noch mehr. Ja, und das weißt du im Inneren auch. Du bestehst es dir noch nicht ein oder sagst, nee, es klappt ja auch so irgendwie und wenn ich jetzt aber zu teuer werde, dann habe ich wieder zu wenig Aufträge. Ja. Und das ist genau der Punkt. Werde, auch für deine Standardaufträge, sage ich jetzt mal, die du über Empfehlungen bekommst, werde so teuer, dass es sich wirklich für dich lohnt und orientiere dich nicht daran, was nehmen die anderen oder so oder was sind irgendjemand anders und orientiere dich wirklich daran, wie lohnt es sich für mich. Und wenn du das so machst, wirst du feststellen, ich bin gar nicht mehr komplett ausgelastet, da haben einige abgesagt, die halt zwar trotzdem Bestandskunden bei mir sind, aber jetzt doch woanders billiger kaufen. Kann ja auch passieren oder vielleicht auch gar keine Bestandskunden sind, sondern woanders einfach billiger kaufen. Und dann wird plötzlich Platz für die lukrativen Aufträge frei. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man jetzt an die? Ja. Also im Endeffekt ist es so, dass diese Aufträge, die du gewinnen möchtest, sind oftmals Aufträge oder Anfragen nach Produkten, die die Leute einfach nicht so gut kennen. Das sind oftmals die lukrativsten Dinge, weil da eine gewisse Marge möglich ist, die Konkurrenz nicht so groß ist. Beste Beispiel, das sind immer Lamellendächer. Vor fünf, sechs Jahren haben wir das erste Mal für Lamellendächer Werbung gemacht. Kein Mensch wusste, was ein Lamellendächer ist. Das heißt, die Endkunden konnten faktisch nicht danach suchen. Hat dazu geführt, dass die Leute, die Lamellendächer gemacht haben, eine Anfrage vielleicht mal einen Monat danach hatten, wenn es hochkam. Die haben gesagt, davon können wir unser Geschäft nicht aufbauen, keine Chance. Jetzt haben wir eine Art von Marketing entwickelt, mit dem man solche Produkte eben an die Leute, die es interessieren könnte, vorstellt. Also die Leute sehen das Lamellendächer ohne zu wissen, dass es das gibt, erkennen die trotzdem, hey, das sieht interessant aus, ich melde mich. Und über genau so einen Weg kannst du die Sachen, wo du sagst, hey, die lohnen sich richtig für mich, wir haben zum Beispiel Partner, die machen vom Kellerfenster bis zum rahmenlosen Fenster alles. Aber am rahmenlosen Fenster verdienen sie einfach mal fünfstellig an Gewinn damit. Weil die Dinger gehen sechsstellig los. Es gibt zum Beispiel auch Betriebe, die sagen zu uns, ja gut, ich bin bei Google schon ganz oben für das Thema. Die Leute, da ist nicht mehr Nachfrage nach dem Thema, aber du musst ja unterscheiden, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Werbung. Du kannst ja einmal Leute, die danach suchen, abgreifen. Du kannst ja aber auch Leuten das zeigen, was du machst. Und dann finden die das vielleicht cool und fühlen sich auch inspiriert und wollen sowas haben, obwohl sie vorher das noch gar nicht kannten. Zum Beispiel jetzt fugenlose Bäder oder Lamellendächer. Und dadurch kannst du natürlich noch eine ganz andere Kundschaft, ein ganz anderes Klientel abgreifen. Nämlich die Leute, die noch gar nicht danach aktiv auf der Suche waren. Deswegen, die finden dich auch nicht über Google oder die kommen vielleicht auch nicht über Google aktuell. Weil du bist ja vielleicht schon ganz oben, aber es gibt gerade gar nicht genug Leute, die danach suchen. Aber die Leute, die noch gar nicht wissen, dass sie das haben wollen, da ist die Strategie, denen zeigen wir dann sozusagen die Werbung. Und das ist eben sehr, sehr erfolgreich. Also da kann man dann gezielt auf eine Produktgruppe das Ganze steuern, dass du eben genau für dieses Thema Anfragen bekommst. Genau. Und dann kannst du dir selber aussuchen. Okay, nehme ich den, den oder den, hast genug Auswahl und kannst du wirklich sagen, ich nehme jetzt die lukrativen Aufträge und verdiene richtig Geld damit. Und dann ist es auch nicht mehr so, dass der Handwerksbetrieb am Ende des Jahres nach allen Sachen, die passiert sind, noch drei, vier, fünf Prozent Marge hat, sondern der hat dann halt zehn, zwanzig Prozent Marge. Ja. Mit der gleichen Arbeitsleistung, der gleichen Zeit. Am Endeffekt natürlich ein bisschen mehr Werbebudget, aber trotzdem ist viel mehr verdient. Weil klar, ich gebe doch gerne drei Prozent aus, wenn ich dafür zwanzig Prozent mehr verdiene. Ja. Und das ist die Idee von Marketing. Das ist die Idee von Werbung. Die Sachen zu bewerben, die sich für mich lohnen und nicht alles zu nehmen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, nur weil es eine Empfehlung oder Bestandskunde oder irgendwas ist, sondern wirklich faire Preise für dich selbst fair vor allem zu kalkulieren, wo du auch wirklich mal zehn, fünfzehn Prozent dran verdienen kannst. Ja. Hat noch viele andere Vorteile. Thema Prozesse im Hintergrund, die dann dadurch viel einfacher werden. Genau. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, denke ich. Ja. Das können wir in dem nächsten Video nochmal erklären, die ganze Thematik. Genau. Aber sei auf jeden Fall auf der Hut, wenn jemand sagt, ja, Handwerker, die gut sind, die leben nur von Empfehlungen, stimmt nicht. Die sind vielleicht gut, aber die verdienen im Regelfall dann wenig Geld. Ja. Handwerker, die gut sind, die wissen, was sie wollen. Die wissen, woran sie gut Geld verdienen. Die wissen, wie sie an diese Kunden kommen. Ja. Die nach diesen Dienstleistungen suchen. Und das ist eigentlich... Du willst nicht der beste Handwerker sein. Klar, bist du vielleicht schon. Du willst auch wirklich ein guter Unternehmer sein. Ein guter Unternehmer macht auch Gewinn. Ja. Und von daher, in dem Sinne wünsche ich mir dir eine schöne Zeit. Wenn du ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht hast, schreib gerne mal drunter. Wenn du ein Produkt hast, wo du sagst, ey, voll interessant, aber ich habe höchstens ein oder zwei Anfragen am Monat, danach gibt es gar nicht so viele, die das wollen, schreib uns. Ich gebe dir Brief und Siegel. Es gibt viel mehr Leute, die das wollen, als du eigentlich denkst. Die meisten kennen es halt noch nicht. Und das ist unser Job, sowas zu aktivieren. In dem Sinne, schöne Zeit dir und bis zum nächsten Mal. Jo, mach's gut, ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Lass uns gerne ein Like da, lass uns einen Kommentar da. Und du findest hier unter dem Video verlinkt, beziehungsweise im Video verlinkt, die Folge vor dieser Folge quasi von unserer Serie. Das heißt, du kannst dir auch die anderen Sachen nochmal anschauen, die anderen Glaubenssätze. Ja, Mindset-Probleme, könnte man auch noch sagen, die Handwerker haben. In dem Sinne, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.